Rednerin, die Kollegin Karin Lai von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, über 62 Prozent der Iren haben bei einer Volksabstimmung Ja gesagt zu gleichgeschlechtlichen Ehen. Ausgerechnet im erzkatholischen und konservativen Irland. Das ist ein wunderbares Ergebnis und ein Riesenerfolg für die Lesben- und Schwulenbewegung, zu der wir auch aus dem Deutschen Bundestag ganz herzlich gratulieren. Und das Schönste ist, dass dieses Ergebnis in ganz Europa die Debatte neu entfacht hat. Es wird höchste Zeit, dass auch die Bundesregierung sich bewegt und die Ehe für Lesben und Schwule endlich ohne Wenn und Aber öffnet. Das ist natürlich für die Große Koalition, insbesondere für die Union, ein unangenehmes Thema. Und wenn man sich auch ansieht, wie viel Hohn und Spott Sie zu Recht in den letzten Wochen geerntet haben für Ihre verstorbenen und fadenscheinigen Argumente. Aber ich habe mich wirklich schon sehr geärgert, da Sie uns gestern im Ausschuss verweigert haben, dass wir noch vor der Sommerpause eine Anhörung zu unserem Gesetzentwurf, zum Gesetzentwurf der Grünen gemacht haben. Aber wenn Sie geglaubt haben, damit bekommen Sie dieses Thema geschoben, haben Sie sich geschnitten. Genau deswegen machen wir heute die Aktuelle Stunde. Die Union blockiert ja mit Rücksicht auf ihre konservative Wählerschaft. Den Vogel hatte nun wirklich Frau Kramp-Karrenbauer abgeschossen, die sinngemäß doch tatsächlich sagte, wenn die Homo-Ehe kommt, dann kommt auch Inzest und Polygamie. Das, meine Damen und Herren, ist eine handfeste Beleidigung von Lesben und Schwulen. Sie ist völlig inakzeptabel. Und getoppt wird dies wirklich nur noch von dem Vatikan, wo ein Sprecher laut Presseberichten sagte, das Ergebnis von Irland sei eine Niederlage für die Menschheit. Also, auch wenn es den einen oder anderen vielleicht überraschen mag, ich bin ja katholisch erzogen. Und vor dem Hintergrund kann ich, glaube ich, sagen, lieber Vatikan, mit einer etwas weniger dogmatischen Interpretation der Bibel, würden wir alle besser fahren, unter Kirche würden noch nicht so viele junge Menschen davonlaufen. Weniger Verburtheit, weniger Dogmatismus, ja, das würde auch der Union gut tun. Ich glaube ja, dass Ihre Wählerschaft deutlich weiter ist als Sie selbst. Das belegen auch alle Umfragen. Und diese konservative Haltung, die fällt Ihnen auf die Füße. Keine der 15 deutschen Großstädten wird mehr von der CDU regiert. In Dresden hat sich am Wochenende, Gott sei Dank kann ich sagen, Ihre Hoffnung auf einen CDU-Burgermeister zerschlagen. Mit dieser hinterwälterischen Politik locken Sie doch niemanden mehr aus dem Ofen hervor. Es wird endlich Zeit, das zu ändern. Ich bin fest davon überzeugt, auch in Deutschland wurde jedes Referendum für die Ehe für alle haushoch gewonnen. Das ist ein weiteres Argument dafür, auch in Deutschland endlich Volksbegehren auf Bundesebene zu ermöglichen. 65 Prozent der Deutschen sagen bei der jüngsten Umfrage, sie sind für die Ehe für alle. Ja, sogar 58 Prozent, also eine satte Mehrheit der CDU-CSU-Wähler. Nur bei der AfD sind die Homophoben noch in der Mehrheit. Aber das können wir uns doch wirklich nicht zum Vorbild nehmen. Und das Beste daran ist ja auch, die Ehe für alle tut, die man dem weh. Auch die Ehe von Frau Kramp-Karrenbauer wird nicht dadurch beschädigt, dass die Lesben und Schwule in der Nachbarschaft jetzt auch einen Trauerschein bekommen. Also geben Sie Ihren Widerstand dagegen endlich auf. Ein beliebtes und aus meiner Sicht auch das einzig wirklich ernstzunehmende Argument der Gegnerinnen und Gegner ist ja auch, die Ehe für alle würde dem Grundgesetz widersprechen. Ich lese dort allerdings nirgends, dass mit dem Schutz der Ehe nur der Schutz der Hetero-Ehe gemeint ist. Ich lese aber auch vielmehr im Artikel 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Übersetzt heißt das für mich, wer Lesben und Schwule die gleichen Rechte verweigert, der verletzt den Gleichheitsgrundsatz. Es wird endlich Zeit, die Ehe für alle umzusetzen. Die Bundesregierung verheddert sich im Klein-Klein. Hinter den Gelissen wird heftig gerungen, welche Einzelgesetze jetzt angepasst werden sollen, eingetragene Lebenspartnerschaft an die Ehe angepasst werden sollen. Da frage ich mich, warum so kompliziert? Ich glaube, die Zeiten, in denen wir ein Sondergesetz für Lesben und Schwule brauchen, die sind vorbei. Lassen Sie uns die Ehe endlich für Lesben und Schwule öffnen. Damit ist der Grundsatz Ehe für alle am einfachsten und am schnellsten umgesetzt. Wir haben als Linke, das möchte ich zum Abschluss sagen, schon lange einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Im Bundesrat wird hoffentlich morgen eine ähnliche Initiative, eine Mehrheit finden. Ich weiß, liebe SPD, Sie haben es schwer mit diesem Koalitionspartner. Es gibt eine kurzfristige Lösung. Geben Sie die Abstimmung dazu einfach frei. Eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag, auch bei diesem Thema, gibt es rechnerisch schon längst. Wenn wir die Abstimmung freigeben, bin ich sicher, dass der eine oder andere Unionspolitiker auch dazu beitragen würde, eine Regenbogenallianz zustande kommen würde und die Ehe für alle endlich auch in Deutschland Realität würde. Vielen Dank.